Jo, das sind wir wieder bei Zelda Oracle of Seasons und es geht in die Wüste. Die Wüste. Mit Pokis. Ne, Moment, wir sind gar nicht mehr Mario. Höh, da ist ein Schiff. Ach ja, schon das andere Piratenschiff. Jo, als ich in der Wüste nach der Glocke abgedrückt habe, hat mich ein Sandsturm erwischt. Da bin ich so wieder aufgewacht, dass ich gelange nicht ins Jenseits. Habe ich da mitgeführt? Dann hilft mir, diese Glocke zu finden. Ich habe ein Schädel in der Wüste verloren, suche ihn zuerst. Jokole, ich suche dir einen Kopf. Dann sind wir so was. Ich komme da dran. Ach so, ich bin die Höhle. Gucken will gelernt sein. Moment, da hinten war doch was. Eine Oase? Ach so, seine Birne. Kommen wir gleich noch zu. Was ist hier drin? Die Fänenbrunnen, wie schön. Gucken wir auch ein bisschen um, bevor ich seine Birne mitschleppe. Okay, sonst ist hier nichts. Das tut weh? Ja, tut weh. Da bist du. Ich habe auf dich gewartet. Lass uns die Glocke fängt. Trage mich herum. Ich sage dir Bescheid, wenn wir dran sind. Okay. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß, wo die Glocke nochmal war. Du bist viel von unten. So, holen wir den Kopf nochmal zurück. Hallo, Link? Geht doch. Moment, ich nehme den Weg. Hier, ich glaube, hier war das. Nein? Ich hoffe nicht. Ich dachte, hier irgendwo wäre das. Nisch? Oder ist das irgendwie jedes Mal anders? Muss man langsam mal sagen, wo ist? Ja. Toll. Nochmal. So. Also. Hier. Ah, da. Jawohl, da haben wir sie doch. Au. Rostige Glocke. Ob es noch funktioniert, ist ja völlig verrostet. Jo, ciao. Wo komme ich raus? Ah, in einer Höhle. Au. 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 What? Weg. Aus. Oh. Ich weiß, er ist verdächtig aus. Ha, ich wusste es. Verdächtigkeit hoch 10. Au. Wenn da so ein einsames Ding da rumsteht. Ist doch klar, dass es verdächtig aussieht. Au. Ich könnte auch mein Schwert auspacken und die einfach töten, aber... Nein, das ist doch brutal. Ich töte doch keine Fische. Allerhöchstens esse ich sie auf. Ist doch weg. Gut, da hätten wir hier schon mal die Glocke. Die muss ich jetzt irgendwo reparieren. Ich tippe mal beim Schmied, wo ich auch mein Schild herbekommen habe. Ja, ouch. Raus aus der Wüste. Und wieder das. Ähm... So, Megafon. Was kann man mit Megafon? Ich kenne es irgendwie abgeben, der rumschreien kann. Weil ich kann selber damit rumschreien. Schreien. Moment. Ah, ich weiß was. Die eine Schnarchnase da... Äh, wie hieß das? Talon, glaube ich. Der Vater von Marlon oder so. Der hat irgendwo gepennt. Den müssen wir doch sicher damit wecken. Oder nicht? Äh, fragt sich nur, wo hat der nochmal gepennt? Der hat in der Nähe des dritten oder vierten Dungeons gepennt. Oh. Was ist hier drin? Fünf Ferzen. Wundervoll. Danke. Nicht. Ach, man, nehmen wir nochmal die Abkürzung. Nein. Just. So. Wo war der denn? Da oben. Warum ist da oben verdammt nochmal kein Baum? Man muss sich über den Versuch in die Stadt gehen. Ach, ach. Ach, ach. Da, 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 da. So, da wollen wir mal. Jo, 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 jo. So, Schwimmeling. Schwimm, als würdest du ertrinken können. Schwimm, als würdest du ertrinken? Ich laber hier manchmal irgendeinen Scheiß. Und manchmal auch Frühling. So. Auf den Baumstumpf. Und erbster. Und erbster. Und, äh, sommer. Und zack, und zack, und weiter. Und spucke den. Spucke den. Okay, wie mache ich jetzt hier Winter? Hier war noch ein Baumstumpf. Hier war noch ein Baumstumpf. Obwohl, in dem Moment, warum sollten wir Winter machen, davon ist auch die Höhle. Ja. Oder nicht. Hier. Äh. Da. Besser doch. Schnee blockiert gehen. Ist nicht zu hören. Ja. Jawoll. Was wäre? Ich bin Winter ganz durchgeschlafen. Komme ich nicht mehr zum Gipfel. Na ja. Ich werde nach Hause zur Malung gehen. Ich gebe dir einen Pilz dafür. Ja. Pilz. Ich habe einen Pilz. Ich habe einen Fußpilz. Und? Nen Ring. Jo. Äh. Pilz. 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 Hm. Ah. Ich weiß schon. Äh. Da lang. So. 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 Wir wissen ja. Da war ja doch mal was mit. Äh. Ich habe Martha losgeschickt. Um einen Pilz zu suchen. Aber sie ist immer noch nicht zurück. Gut. Und wenn Martha den Pilz nicht abliefert. Dann liefen wir halt den Pilz ab. Wiiium. Runter. Und zwar da vorne. Mu.